Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Make-Off Rätsel Und heute hätte ich euch die Auflosung vom Netzrätsel für euch Und das neue Rätsel, was ihr in den Kommentaren auch auflösen könnt Und letzte Woche war folgendes Rätsel gehabt Und zwar wollte ich wissen, wie ich an der Schadplatte rankomme hier im Civil-Mode Ne? Ohne dass ich jetzt nicht mehr aus dem Winter oder sowas ziehe, ne? Und, ähm... Auch nicht zum Dungeon Das war auch Ich glaube die Bedingung Machen wir jetzt einfach die Frage, wie kann ich an der Schadplatte, damit ich hier Musik machen kann Und die richtige Antwort wäre gewesen, wir nehmen uns einen Creeper Und ein Skelett Und, ähm... Dann lassen wir das Skelett einfach mal hier den Creeper abschießen Irgendwie so So... Duf, 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 duf... Und hier noch ein Zaun ran Und im Westen ist es auch nicht hier geflüchtet oder so Dann wird man da so einen Creeper reinsetzen Und ein bisschen weiter versetzt Hier noch so ein... Skelett Moment, ich baue das ganz kurz mal eben auf So, du, du, duf, duf, duf... So, nochmal, wir wollen ja nicht, dass das Skelett verbrennt Jetzt will ich ganz kurz mal auf, äh, ja, easy schalten Irgendwie noch so einen Creeper da ran stellen Und, ähm, will ich ganz kurz mal so einen Bogen eventuell schnappen Ja, und eventuell am besten, äh, das geht halt mal eben treffen Vielleicht schaffe ich's ja Game on 0 Gucken So, hallo Seht mir auch schon so, ich baue gar nicht einen Bogen Es war einfach so lange, bis der Skelettier Den Creeper tötet, weil er nicht mehr ganz in die Decke schießen würde Wo schieß er denn nur hin? Hallo, ich bin hier unten Ist ja dumm Ich kann schon schießen, na, hallo Ich schieße mal den Creeper hier ab Hä? Ich kann's nur noch in die Decke, ey Komm schon Ein Schuss eventuell noch und dann ist der Creeper tot Und dann ist noch einer vielleicht Ja, so, ewig So, jetzt ist er kaputt Dann kann man auf 4 of Peaceful schalten Und ich hab' wahrscheinlich vielleicht schon gesehen Der Sennesteller hat tatsächlich gedroppt Und zwar eine Mod, okay Also ihr seht, so würden wir auf 2 Modes an der Schreibplatte kommen Oder wie so ein Dungeon oder was gehen oder so Aus dem Creeper mod ziehen Und Was bringen wir ab? Ne? Ok, wenn wir sagen, ich sagen, komm mal zum Beispiel für heute Jetzt hat ich mir ganz viele Kobolds So 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 Und Und Am besten noch Diamanten Würde ich mal sagen Und Ich mach' mal so Und Ich mach' euch einfach fissen Vielleicht brauch' ich noch ein Stack eigentlich, ne? Ähm So Und zwar Jetzt sind wir voll Damit ihr hier nichts sagen könnt, mach' euch auch hier in diesen Komm' einen rein Na, jetzt mach' euch einfach fissen Wie schaffe ich es Dass Ähm Ich eventuell noch so ein Item aussammeln könnte Wie zum Beispiel Gold oder so Ja, zum Beispiel Aber wie würde ich es schaffen, das trotzdem aufzusammeln Ohne dass ich jetzt irgendwie was Hier So direkt vernichten muss Zum Beispiel die Kobolds Und dann können wir einfach die Kobolds einfach raushärften Aus dem Momentar Aber ich möchte die Kobolds wieder behalten Weil ich gerne einen Kobblestone ausbauen möchte Also ich möchte die Kobolds behalten Tatsächlich Wenn ich mich von euch einfach wissen Ohne dass ich mir hier so ein Item rauswerfen oder so Wie ich es schaffe Dass ich trotzdem hier Und für so ein Stack Gold aussammeln kann Dafür sogar zwei, drei Stacks Gold Ja, wie schaffe ich das trotzdem Ohne dass ich jetzt irgendwie Items ausschmeißen muss aus dem Momentar Sondern Dass das so bleibt hier Und das Inventar ist unverändert bleibt Ohne dass ich jetzt also Das Inventar bleibt so Gestehen Und ich möchte die Kobolds zu uns alle behalten Der war natürlich auch So als Einflieg erfunden Ne Und hier da auch noch Ob er das Inthaus Kobolds auch machen können eigentlich Das ist auch egal Sieht ein bisschen besser aus Den Diamanten Und ich will mich einfach von der vierten Ohne dass ich hier so verändere Wie schaffe ich es einfach Dass ich dann trotzdem die drei Stacks Gold zum Beispiel Oder zwei Stacks Gold aufsammeln kann Und wie geht das Obwohl ich glaube ich dürfte sogar ein Stack dürfte rauswerfen Ein Stack war mehr nicht Das muss reichen Ja Wie geht das Wie geht das Wie geht das Wie geht das Ich habe mich am besten gewesen von diesem Video Ich zeige auf die Verwaltung Das ist eine Position Klar Ich habe nie vergessen Ohne Scheiße Ich habe nie vergessen Ich habe nie vergessen Ich habe nie vergessen Ich habe nie vergessen